Und, denn das machen wir ja morgen, wird heute ein bisschen anders gesprungen. Endo, ich würde sagen, du verrät uns jetzt erstmal ein bisschen was zu den Reitern erklärten. Erstmal vielen Dank an euch alle, dass ihr hier für uns das zelebriert. Eine tolle Show. Das ist das Team. Und ich würde euch jetzt kommen mit der Arbeit. Schüler und Auszug finden, aber auch zwei Gäste. Und ich würde das ohne viel reden, erst einmal den Nächsten. Und ich halte jetzt hier noch meinen Mund. Also, haut rein! Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ihr könnt noch mehr klatschen, das war Spenze, meine ich. Untertitelung. BR 2018 Applaus 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 Nochmal vielen, vielen Dank. Und jetzt können wir uns alle schon so ein ganz kleines bisschen vorstellen, was hier morgen passiert. Applaus Applaus Applaus